Hallo, hier ist die Nächten-Tisch. Heute haben wir einen speziellen Gast. Die Kamera nach Radar rauf. Robert, du halt das! Hallo, Robert! Wie schon gefragt, Robert, wie alt ihr denn? Äh, ja, ich bin gerade an einer Studie, wo ich das erfahren will. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Also, ich denke, ich bin schon zu einem Schlusspunkt. Mein Name muss mit irgendeinem Buchstaben ankommen. Der so zwischen A und Z liegt. Und was ist mit Y? Das gibt's auch noch. Also, gestern. Wie ist die Tür? Wie ist die Tür? Wie ist die Tür? Wie ist die Tür? Genau. Wie ist die Tür?